wird gruselig genau und jetzt erst mal für die jana einkaufen ja diese bisschen günstiger 800 gramm ja jetzt haben wir gestern schon gekauft wir werden in zukunft in den laden reingehen ja sind auch die farben günstiger die musik lauter auch ja für die geschenke zum glück haben wir das noch nicht gekauft oder die kleinen nur perfekt ja die preise hier sind besser tja gut hätten locker 20 prozent gespart kostüme ja fängt ja bald an sie üben ja schon oder kleines da ist ein ganzes alphabet auf einer tafel und da zwei die eine hälfte finden ja da hätten wir bei der namensgebung der kinder aufpassen sollen das war die die buchstaben von der ersten hälfte des arabes jetzt musste zwei kaufen